Es bleibt spannend, ey, in Super Mario Sunshine 64. Im letzten Part haben wir die 15 Insignien zusammenbekommen. Und das ist das Bowser-Level. Ja. Wir können immer noch hier rein, aber da gab's, glaube ich, nur den... Wir suchen da jetzt nochmal. In diesem Epileptica-Kurs hier. Weil alles, was wir hier gefunden haben... Oh Mann, ey. Waren... Ja, die 8 Red Coins. Mehr auch nicht. Okay. Und ich glaube, es gibt hier mehr als einen Stern oder einen Signier. Ich sag jetzt einfach Stern, weil... Das ist kürzer, das Wort. Und nicht so kompliziert. So. Oder gibt's hier echt nur eine Coin? Das wäre dann schon ziemlich komisch. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Dass es hier einfach nur eine Coin gibt. Ja, ist dann wirklich so. Okay. Okay. So, Alter. Nee. Nee, nee, nee. Hier gibt's nix mehr. Haben wir es allerdings auch keinen Bock, die ganze Zeit Game Over zu gehen. Wohp-shit. So. So. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wait a moment. Zack. Und es geht sofort weiter. So. Oh, bitte ohne Bugs. Das würde mich echt freuen, wenn es jetzt hier geht alles, ne? Ich sehe kein Mute on, das gefällt mir. Ja, ja, ich glaube, es geht alles. Gehen wir mal hier rein. Hier haben wir nämlich noch nicht alles. Uns fehlt noch die eine Röhre. Ja. Ja, es geht alles. Sauber. Aber tödlichen Gegner passiert etwas dann mit der Musik. Ne. Ich weiß auch so in etwa, wo die Röhre ist. Und die ist da beim Pidepalle, wo auch die andere Irgensignie hier war. Das ist ja so für mich das Abfucklevel, was ich so über alles hasse. Ich hasse das Level wirklich. Und ja. Irgendwo da oben war diese Scheißröhre. So, stell dich hier hin. Dann hast du eine Menge Power und dann kannst du dich hoch. Und da ist die Röhre. So. Hier waren wir noch nicht. Hier ist dann auch wohl die dritte Insignie dieses Levels. Gibt es bestimmt noch einen Secret Star. Oh mein Gott! Aber Hauptsache, ich habe so die Hauptsterne. So, vielleicht. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie viele Insignien es hier gibt. Muss ich mich mal informieren. Super Mario 64. Super Mario Sunshine 64. 100 Prozent. Gucke ich mir dann mal an. Irgendein Walkroof oder so. Oder Walkroot. Oder wie diese komischen Videos heißen. Wo kein Kommentieren ist, sondern nur das Gameplay. Es gibt nämlich Spezialisten, die sagen, Ey, warum kommentierst du bei einem Let's Play? Weil ein Let's Play ein kommentiertes Gameplay ist. Schau dir den Walkroof an. Oder wie heißt es nochmal? Ich habe gerade so einen richtig krassen Blackout. Und da ist Insignien hier. Walkroot. Oder so. Oh Mann. Das finde ich echt lächerlich, wenn Leute so beschreiben. Ist bei mir noch nicht passiert. Noch nicht. Man weiß ja nie, ne? Oh Gott sei Dank. Da seht ihr schon Power Null, ey. Meine Frisse. Nummer 16. So. Wir haben diese Wolkenstadt da noch nicht gemacht. Gibt es hier irgendeinen? Ne. Hier haben wir schon alle. Moment mal. Geht es hier weiter? Ne. Wäre episch. Geht es hier hinter diesem komischen Stamm weiter? Auch nicht. Ne, dann. Gibt es irgendein Fenster, was in Kursos? Ne. Den haben wir noch nicht gemacht. De Floating Monsen. Ende. Oh Mann. Oh Gott. Wäre das dumm gewesen. Wäre ich da runtergefallen? So. Ja, ich glaube, die wollen, dass ich auf diesen Teppich gehe. Willst du mich verarschen? Verdammt nochmal. Teppich. Ich glaube, der geht ja nur bis da. Na super, ich bin tot. Oh Mann, ey. Will man aber auch so leicht von diesem Scheißteppich abrutscht. Wie tief willst du noch fallen? Danke. Ja, weißt du was? Wenn du zu dumm dafür bist, dann mach selber. Ja, da geht's hier nicht mehr weiter, ne? Warum ist da jetzt auf einmal eine andere Musik? Woher ist die nochmal? Ich weiß, ich kenne die Musik ja so gut. Warum bin ich gerade irgendwie dumm? Woher ist denn die Musik? Ja, das ist jetzt wieder Super Mario 64. Ach so. Warte, die Stelle kenne ich. Das ist ja so aus Super Mario 64 sogar. Glaube ich. Müsste. Ja, so ähnlich. Und hier kam man dann zu diesem Schiff. Jetzt hat man hier die ganze Zeit ein... Du Behinderter! Dreckiger! Nein! Alles klar. So. Okay. Oh Gott. Teppich. Komm her! Oh Gott. Die Power war schon bei Null, ey. Ich hätte jetzt auch relativ wenig Bock gehabt. Den ganzen Shit nochmal zu machen. Boah, Gott. Man braucht hier echtiges Wasser. Wirklich. Wo ist denn? Ach so, jetzt erkenne ich es natürlich wieder. Super Mario Bros. Die Wassermusik. Ich dachte gerade, die Musik kenne ich doch. Höre ich halt nicht so oft, ne? Boah, wie kann man aber auch sowas vergessen? Ist doch klar. Boah, wie kann man auch aber sowas vergessen, ey? Was ist denn jetzt los? Ach so, hier geht's durch. Ja, jetzt sind wir in diesem Gebäude drin. Hier waren dann noch diese Lava-Dinger. Ja, Bob-Oms halt, ne? What the hell? Chill, deine Mutter. Aber das da rechts, das ist ein Secret, glaube ich. So, hier ist doch bestimmt... Ja, hier ist ein Insignia. Soll ich da nochmal runterspringen und gucken, ob da ein Secret ist? Ne, machen wir nicht. Nummer 17. Habe ich jetzt eigentlich alle Kurse außer den abgeschlossen? Ich glaube schon. Ich meine... Habe ich. Den ersten habe ich schon. Der Wolkenkratzer. Eiffelturm. Habe ich den komplett abgeschlossen? Ja, habe ich, habe ich. Yo! Dann weiter, ne? So. 100 Mission. Somewhere over the... Over the what? So. 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 Da ich ja irgendwie so ein bisschen Ahnung jetzt habe, wo dieses... Ich würde ja schon sagen, wo die Insigne hier sein könnte. Versuche ich das auch mal, ne? So. Holy shit. Warte, was ist hier? Was zum Teufel ist hier? Oder das Secret ist hier? Das kann ziemlich gut sein. Ich glaube, das ist sogar so. Seit wann kann man... Boah. Ne. Wollen... Ah, okay. So kann ich hier hoch zum Beispiel. Scheiße. Man muss hier echt schnell vorankommen, weil die Dinger echt schnell explodieren. Boah, das war es jetzt auch schon wieder, ne? Boah, Mann, ey. Boah. Oh Gott. Hier hoch. Einfach. Warte. Was ist denn hier? Das ist einfach ein Labyrinth, was irgendwie einem durchgehend verarscht. Und das ist wirklich so. Oh, Mann. Ich hätte hier nicht hingehen dürfen. Scheiße. Ist der Teppich wenigstens, ja. Er ist da. Jetzt nehme ich mal den anderen Weg. Ich habe zwar nur noch 35% Wasser. Okay, das füllt sich jetzt relativ schnell wieder. Aber trotzdem. Ja, fucking ernst. Mann. Alter. Alter. Machst du halt die Fahrt nochmal von vorne, ne? Einfach so. Nur weil du dumm bist. So. Ja, gut. Ich glaube, mit 40% Wasser kommt man noch aus. Die füllen sich jetzt auch wieder, ne? Ja. Du Bastard. Okay. War ein ziemlich hoher Sprung. Nimm mal diesen Weg. Ich dachte gerade, das wäre ein Insigni, Junge. Das sah irgendwie voll so aus. Verpiss dich. So. Diese durchsichtigen Wolken sind wir irgendwie unsympathisch. Ach, hier ist das Schiff aus Super Mario 64. Und hier ist, glaube ich, die zweite Insignie. Nein, hier ist diese Secret-Röhre. Secret. Wo bin ich jetzt? Ah, und hier ist auch so ein Gegenwind. Alles klar. Danke. Führ mich bitte zu einem Stern. Boah, weißt du, wie sozial das wäre, Teppich, wenn du das für mich machen könntest? Glaubst du im Leben nicht, wie sozial das wäre. Hier ist aber irgendwie nichts. Ich hätte einfach weiter dem Teppich folgen sollen. Scheiße. Oh nein. Danke. Danke. Oh Gott, erscheinen. Alter, war das krass. Ich habe das Gefühl, es gibt 20. Ja, noch eins im Bowser-Level. Und dann sind wir durch mit dem Spiel. Das ist der vierte Part, ne? Ja. The Amazing Red Coins. Das kann, glaube ich, lange dauern. Boom, 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 boom. Hier ist gar nichts. Alter, Alter. Ist hier echt gar nichts? Ja, ich kann ja auch nicht auf den Dingern landen. Alter, Mann. Dann stirb. Reg mich, halt mich auf. Dann stirb einfach. Puh. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wo bist du? Aber hier kann man echt stark die Red Coins, ähm, übersehen. Und ich hoffe, das ist hier noch sozial gehalten. Mit den Red Coins. The Amazing Red Coins. Sind die irgendwie komplett auf einem Haufen versteckt, oder was? Ah, weißt du, was ich glaube? Dass die Red Coins in dem Puppelscheiße sind. Hier. Das glaube ich. Das könnte sein, dass die Red Coins hier versteckt sind, oder? Boah, ich hatte recht. Episch. Alter, wie einfach alles in die Luft geht. Ja, oh Gott. Dann ist es doch nicht so schwierig. Nice. Aber gut gemacht. So. Ja. Ja, man hört schon, es geht so oft Zeit. Aber die Coins, die man gesammelt hat, bleiben dann natürlich auch gespeichert. Wenn nicht, wäre das mega assi. Und ich würde mich umbringen. So. Geh hier bitte hoch. So. Ja. Ja. Da dieses immer schneller geht's, ist es gleich vorbei. Das wird eine heftige Explosion. Ich bin gestorben. Die Coins bleiben aber gespeichert, glaube ich. Wenn nicht, bringe ich mich um. Wie gesagt, ne? Ich habe keinen Bock, mich um zu springen. Okay. Doch. Nein! Ist echt so! Null Coins habe ich! Oh, euer Scheißernst! Alter! Boah, ihr asozialen Schweine, Mann! Fickt euch doch! Boah, das kann echt lange dauern. Ja, das muss man doch auswendig lernen, ey! Was ist denn los mit dir? Das krieg ich doch niemals hin, ey! Oh, komm, ey! Wenn da mir schon solche Fehler passieren, oder? Wirklich ein Wutanfall. So. Warum glitcht du dich da durch? Ja, das wird nichts. Tschüss. Das wird auf gar keinen Fall was. Wenn doch, dann bringe ich mich um. Wie gesagt. So. Was auch, äh... Mein Prozentanteil an Wasser angeht. Das wird auch nichts mehr. Heute nicht. Obwohl, Coin 6. Okay. Hier ist nichts mehr. Ja, jetzt geht's immer schneller, immer schneller, immer schneller. Jetzt muss ich hier hoch. Wo ist denn die Letzte? Ich muss da hoch am Ende. Boah, bist du ein Schwein. Ach so. Oh, nicht, ne? Das wird jetzt immer wieder meine Power, ne? Da ist ne Röhre. Da ist ein Secret Star. Obwohl wir ja den eigentlich schon gefunden haben. Mein Tier schafft das. Oh Mann, stirb doch, wenn du's nicht kannst. Ich hab ja jetzt so langsam herauswendig gelernt, wo die sind. Könnte also funktionieren. Ich kann mir jetzt ein bisschen Gas geben. Fuck. Ich hab doch nur bei OBS was nachgeguckt. Warum hab ich denn jetzt die Musik leergepackt? Shit. Shit, shit, shit. So. Das war das aber eh für den Part. Also. Danke fürs Zusehen, Leute. Im nächsten Part gibt's das Finale von... Wie hängst du das nochmal? Ja, Super Mario 64. Super Mario Sunshine 64, Dennis. Na. Super Mario Sunshine 64. Meine Fresse. Tschüss. Was ist es ein V trains. Ja. Die Zeit. Dad.